So, ach man, echt eigene Dämlichkeit, naja, entschuldige ich mich für, für die ganzen verschwendeten Parts, eigentlich konnte man den Kerl auch so gut darauf erkennen. He drinks on school grounds. Think of the children, Dr. Krabblesmitch. Drinking? I will terminate the employment contract of any staff member found corrupting children. Morality is the most important lesson we can teach the youth. Is that so? Then you might want to look at these. What's this? It's that fat, evil hypocrite selling test answers to rich kids. Fire them! What? You took pictures? And to think I trusted you, Hatrick? You're fired. But I... Bye-bye, fatty. And as for you, Galloway, there better not be anything for that drinking business. Your mama dresses you funny. You're cruising for cruising. I think we can come back. So, mein Freund. Piss dich. Maa. Wengengengengengeng da. So. Jetzt haben wir nur noch das mit der Ratten und diesen, ja, Ratten und die Turnhalle. Ich hoffe, ich werde zu einem guten Hochschul. Weil jetzt haben wir wieder einige Aufgaben gelöst. Komm, pisse dich von dem Automaten. Ich kann dir Mom über das überhaupt erzählen. Mann, ich fülle die Kamera jetzt! Ich wusste es. Jetzt kackt das Spiel ab. Ich glaube das nicht. So, da sind wir wieder bei Let's Play Bully. Ja, ich musste die Mission nochmal neu spielen. Hab das allerdings jetzt gemacht. Ich wollte extra nicht die ganze Sache nochmal neu hier machen. Allerdings, was ich jetzt noch machen werde, ist das Speichern. Also das werde ich jetzt doch schon, äh, noch hier onscreen machen, bevor man das Spiel gleich wieder abschmiert. Weil ich hab mich gerade echt ein bisschen verarscht gefühlt. Dass das Ganze so urplötzlich beim Getränkeautomaten abgekratzt ist. Deswegen. Besser ist es. Und jetzt weiter mit den Aufgaben. Was machen wir denn? Ach, wir gehen mal zur Turnhalle. Oder zu den Ratten. Weil jetzt haben wir ja alles eigentlich so, ne, was nebenher zu machen war fertig. Ne, komm, gehen wir mal zu den Nerds. Das ist, glaub ich mal, ganz angebracht. Und das Ganze nennt sich... Ratten in der Bibliothek. Das ist eine Disgrace! Es ist appalling! Ich bin nicht mehr, oder Pettrat! Das ist Ihr fault, Jimmy! Was? No, es ist nicht. Was sind Sie? Was sind Sie? Was sind Sie? Die Library ist voll von Rats! Und ich habe meine Pre-Pre-Pre-Med-Test nächsten Woche, Amigo! Du bist so ein lame-o. Some king, you turned out to be. You know how I longed for the old days? Sure, we were laughed at and mercilessly bullied by everyone. But at least you could study without fear of rodents coming near us. Oh, my God! Get off! Oh, did you piss yourself again, Algie? Ew! No, I swear. Algie. I spilled soda on myself. Soda. Right. What a bunch of sissies. Well, I'm not afraid of a few rats. Jeez, pathetic. Oh, kacka. Jetzt müssen wir hier nicht ernsthaft alle Ratten erledigen. Oh, Alter. Ah, ja, Tanze, ist in Ordnung. Die ist tot. Alter, ja. So, die wäre auch weg. Oh, Mann, rattige Angelegenheit. Da werde ich ja ganz rattig bei. Boah, Alter. Bin ich der Rattenfinger von Hameln, oder wie? Ich bin der Rattenfinger von Bullenburg. Oh, Mann, ich bin der Rattenfinger. Oh, Mann. Ich bin der Rattenfinger von der Extermination. So. Ähm, warten. Ich sag mir nur, die sind auch hochgelaufen. Sauber. Wir müssen sehen, ob alle von ihnen immer noch da drin sind. Diese Kratzen? Ja, diese Kratzen! Die Rats kamen, um diese Bücher zu verdienen. Alles scheint gut zu sein, Miss. Ich denke, ich habe sie alle. Danke, Jimmy. Wenn ihr noch eine Lade-Kratzen habt, dann können wir uns einfach über sie vergessen. Ich habe das lange Zeit gemacht. Ich meine, danke, Miss. Streber, Respekt plus 15. Ach, jetzt müssen wir uns alle bei allen den Respekt zurückverdienen, oder wie? Die Brände... Die Turnhalle brennt. Ja, oh Gott. Da will ich gar nicht... Da will ich... Da will ich gar nicht wissen, was jetzt bei der Turnhalle los ist. Oh Gott. Nein. Alles muss man hier machen. Ich fühle mich verarscht. Oh Gott, Gott, Gott. Alter, komm, nein, ich will hier was für euch machen. Piss dich. Die Turnhalle brennt. Aber ich versuchte die Schule zu bringen. Um zu stoppen die Bullying. Ha! Bullying? Ich bin kein Bullying. In fact, ich empfehle Bullying. Das ist richtig. Builds moralen Fiber. Macht... Menschen. Ja. Weil du nicht die Team gemacht hast. Du hast es für alle. Ja, du Bully. Du bist ein Pigg. Du hast meine Leben. Was bist du? Ich wollte nie auf der Team sein. Du möchtest, weckere Kinder. Und du hast die Persönlichkeit eines Jockstrap. Ja, ich habe die Polizei gebeten. Du wirst dafür geklappt, mein Junge. Es war nicht ich. Du bist fertig, Hopkins. Was? Wer war das? Es ist Uri. Es gibt Leute, die drin sind. Oh, ich bin wirklich Angst. Manni! Manni, die Leute sind pathetisch. Ich werde ihn holen. Wo ist der Feuer-Extinguer? Bei den Städten, neben dem Lagerraum. Aber ich glaube nicht, dass ich dich vergeben habe, Hopkins. Na, er ist auch ein degenerierter. Hey! Oah! Ich hab' dich verstanden! Was ist mit mir da? Ich komme weg aus! Ah! Ich bin verstanden! Oh Gott mein Vater! Jimmy! Hier! Hupen wir da! Ah! So, komm! Darf ich gerade Oder irgendwie an San Andreas und die Brände. Wer das kennt, es gibt da auch eine Mission bei GTA San Andreas, mit wo man ein ganzes Haus löschen soll. Da vorne. So. Da vorne noch. Ja, ist doch in Ordnung, Mandy. Oh my god, Jimmy, please get them. Thanks a lot, I could have done that myself. Jimmy, I think the flames are being out of control! Please! Ist der Feuerlöscher? Oh, Jimmy, won't you save them? Natürlich. Ich rette sie doch alle. Jimmy, the fire! Please get the fire! Ja, komm, jetzt piss dich doch nicht ein. Ich hoffe, niemand wird verletzt. Oh, Jimmy, won't you save them? Thanks, Jimmy! Jimmy! Oh, Jimmy, thank you! Was ist passiert, Mandy? Ich weiß nicht, aber ich sah einen weirrsten drüben. Ich schaue es dir. Du gehst raus! Beide auf, Jimmy! Ich schaue es dir. Er ist doch hundert... Ich schaue ein bisschen Feuer unter deinem Mund, nicht? Wo ist der Kerl? Ist hier unten einer? Nein. Bullworth ist run by Psycho Pass, you know that? Nein. Ich hasse diese Schule! Ich hasse es, hasse es, hasse es! Hey, was machst du denn? Out of my way, schoolboy! Ich regrette nichts! Okay. Jogrespekt, 15. Sauber. Aber was macht so ein Ekelhaft? Vor allem mit einer Mädchenumkleide. Das sind mir ja die Liebsten. Ich glaube, du kannst das ein Rappen nennen. Findet Johnny Vincent. Ach, du Kacke. Oh, falsch. Egal, wir können auch... Nee. Vorne rausgehen. Ja! Als ob... Diesu, wir spielen in einer abgefackelten Halle. Ja! Die Schule wird echt immer bekloppt da. Egal, wir speichern jetzt erstmal wieder. Und dann fahren wir, glaube ich, mal in die Stadt zu Johnny Vincent, würde ich sagen. Oh, Mann. Das wird echt immer bekloppt da. Aber irgendwie ist es doch geil. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß, wer hinter all diesen ganzen Problemen jetzt steckt. Ja, ich bin in die Hacken gefahren, Kind. So. Einmal speichern. Alles einsammeln. Und jetzt ab zur... Hier, ne? Finden sie Johnny Vincent. Das ist da mit Sicherheit wieder... Oder das ist wieder hier bei der Autowerkstatt da oben. Oder nicht bei der Autowerkstatt. Ihr wisst, wo ich meine. Da bei den ganzen Greaser-Leuten. Da ist auch... Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ah, ich dachte, wir könnten dann darüber da hinkommen. So. Ach, Mann. So, wo ist denn der gute Johnny Vincent? Das würde mich jetzt dann mal auch interessieren. Findet Johnny Vincent. It's not my fault. Well, where'd he go then, you tramp? Who you calling a tramp? I loved Johnny. Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared. Gone crazy. Abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him king. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't know. Nobody's seen him. He got a little brokenhearted after we split up, but it's not my fault. Someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house. But you know how people love to talk. Johnny wasn't crazy. Asylum orderlies? He was a real leader. Not like you, Jimmy. Look, I'll get your boy back, alright? See you later, freaks. Ah, gibt's schon kaputte Leute? Nein. Ach Gott, zur Heilanstalt. Was macht Johnny denn in der Heilanstalt? They won't ever let me down. Oh Gott, ey. Wie oft muss ich in meiner Let's Play Karriere oder in meiner Let's Play Laufbahn noch in Irrenanstalten? 13. Wo war denn noch was? Ne, 13 war glaube ich die einzige Irrenanstalt. Oder? Ja okay, auf pädophilen Zauberschulen war ich schon. Und jetzt schon wieder in... Ach nee. Ich dachte, ich wäre endlich von diesen ganzen Pädos befreit worden, aber nein. Ich glaub das nicht. Wartet mal. Ich glaube, hier ist auch ein Weg dahin. In meinem Kurzgucken. Das ist super gefährlich. Ja, ich wusste es doch. Achso, ist offen. Sauber. Dann auf zu... Äh, warte. Ach, ich dachte, da wären noch ein... Noch mehr Aufgaben. Laufen ist still einfacher. Junge, mach dir keinen... Mein Freund. Du hast dir den falschen Tag ausgesucht dafür. So. Sauber, wir haben auch wieder eine Cola. Ich hatte schon gedacht, der kleine Pisser wird uns jetzt hier noch Ärger machen. Nee, aber ernsthaft. Bei Harry Potter wollte Snape uns irgendwie in seinen Keller zehren. Bei 13 waren wir in einer Irrenanstalt gefesselt. Oder mit verrückten Leuten zusammen. Ne, von wegen Schmeißfliege, Schmeißfliege. Die, die es geguckt haben, werden es wissen, was ich... Wir werden wissen, was ich meine. Aber... Und hier... Nee, das ist... Dieses Spiel toppt echt alles. Und wieder hier auf dem Baum. Oh, Mann. Hallo? Ja, klettern. Ja. Und dann jetzt hier. So... Dann warten wir, bis der da vorne jetzt verschwunden ist. Morgen. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF, 2020